So, Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft in der Snapshot 15w27a, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe. Haben die mittlerweile Eier gelegt? Ja, sehr schön. Ja, im letzten Part haben wir hier eine Hühnerfalle schon fast gemacht, ein Hühnerloch und ein Schafsgehege. Und jetzt gehen wir Tiere jagen, rote Farbe holen und Eisen suchen in Höhen, kurz. Ach, Menno. So, ein bisschen schneller schlagen, also stärker schlagen vor allem. Ha, wow. So viele Kühe hier. Boah, da haben wir ganz viel Leder. Und hier hätten wir Lehm. Lehm haben wir aber jetzt genug für Hallihvig. Nichts. Da droppt nicht mal etwas. Dieser Shit-Bulle. Hallo. Geht's noch? So. Nächster Bulle. Ah. Zwei Schläge mit aufgeladenem. Okay, dann mache ich lieber aufgeladene Schläge. Okay, drei Schläge. Dann können wir noch schwarzer, ähm, schwarzer Lehm machen. Oder, ähm, Ton. Lehm ist viel besser. Wieso heisst das Ton? Was ist der Unterschied zwischen Lehm und Tod? Es gibt keinen Unterschied. Oder ist Ton klebrig? Oder ist Lehm klebrig? Keine Ahnung. Die können wir dann auch mal züchten. Dafür müssen wir aber ein bisschen mehr, ähm, höhere Dinge haben. Ach komm, essen. So, jetzt nehmen wir noch einen Pilz mit hier. Zwei Pilz. Und, ähm, gehen ein bisschen weiter weg noch. Nehmen wir noch ein bisschen Jan mit. Das können wir gut dekorieren mit diesen Lianen, aber so, dass sie sich nicht ausbreiten. Sonst haben wir dann ein Dschungelgebäude. So, noch ein paar Blätter mitnehmen. Dann hätten wir das. Braune Pilze können wir auch mitnehmen. Aber einen lasse ich hier noch. Nehmen wir nur einen braunen Pilz mit. Man kann Pilzfarmen machen, aber die sind so extrem langsam. Dann machen wir das lieber, ähm, über längere Zeit. So. Noch ein bisschen Schafsfleisch mitnehmen. Da hätten wir Rosen. Und die gelben können wir auch mitnehmen. So. Aber immer nicht alle. Wo sind jetzt die, ähm, die anderen roten Blumen? Dann nehmen wir zuerst die Rosen mit. Oh, schön hier. Da lassen wir. Nehmen wir die noch mit. So. Ah, da vorne hat es noch rote, andere farbige, äh, andere formige Blumen. Wie weit sind wir? Hitzag. So, das reicht. Ah, hier haben wir Schweine. Aber die müssen wir recht kompliziert heim. Ding. Bisschen Wasser hier. Oh, je. Aber auch Schweine haben wir in der Nähe. Wir haben eigentlich alles in der Nähe. Das ist sehr gut. Merken, dass hier Schweine sind. Und hier die Blumen noch mitnehmen. Da haben wir recht viele. So. noch mehr Tintenfische. Ja genau, du geh schön hier ans seichte Gewässer. Danke schön. Nett, nett. Also hier könnten wir wirklich ein grosser Bauernhof bauen, was dann halt nicht so zum Züchten ist, weil die Chunks nicht geladen sind von der Villa aus. oder nur wenig geladen sind und deshalb langsam nachwachsen die Sachen. Aber dann haben wir etwas Schönes und zu machen. Tipptopp. So. Hier haben wir einen Fluss. Und hier haben wir zum Beispiel mal eine Höhle mit Eisen. Sehr schön. Danke fürs Eisen. Das brauche ich nämlich. Wir haben kein Eisen mehr. Dann können wir mal einen Amboss noch bauen, wenn wir genug Eisen haben. Aber das finden wir dann im Street Mine sowieso genug. Dann ist das ein schöner Ausflug gewesen. Tipptopp. Schön viel Kohle. Haben wir noch eins? Haben wir noch eins? Okay. Noch mehr Kohle. Wow. Und Granit haben wir auch hier. Nehmen wir noch ein bisschen Granit mit. Wenn wir schon sicher sind. Aber wir sollten einfach so in der Nacht zu Hause sein. So. Das reicht. Gut. Weil Granit könnten wir da noch gebrauchen. Jetzt muss ich hier nach oben. Oh. Komm ich fast nicht nach oben. Musst nicht mitkommen. Hm. Naja. Lassen wir die Erde her. So. Sind wir wieder zu Hause. Und jetzt könnten wir noch kurz Weizen abbauen. abernten. Ja. Okay. Schlecht wegen dem Platz. Nehmen wir mal Feder und rohes Hühnchen weg. So. Alles lagern. dann. Zuerst ab kurz das Fleisch reinwerfen. Und hier noch ein bisschen Lammfleisch. Lammbraten. Tiep top, tiep top, tiep top. Ja. Machen wir das Eis in Schwärze. Kühe, wie geht es euch? Geht es euch gut? Schön zu hören. Solange sie noch nicht geschlachtet wird, geht es euch doch gut, oder? So, das haben wir auch. Und jetzt hier das noch machen. Ja, dann nehmen wir die zwei Sachen. So, also Schafe zichten, Kühe zichten, dann die Hühner zichten und dann schlafen gehen. Ja, ein graues Schaf. So, und jetzt kommt ihr dran. Nachzucht. Auch erst bekommen. Ab wann bekommt man das? Ab fünf Kühen zichten oder erst? Spät noch. Weil, äh, irgendwie ist es ein bisschen verbaut. Ha, sollte eigentlich beim ersten Mal zichten schon so sein. Also machen wir die Hühner morgen. So, gehen wir rein und schlafen. Ach, komm, ey. Darf ich schlafen, bitte? Jetzt. Tiptop. So, guten Morgen. Kurz mein Mund nässen. Damit ich besser wieder reden kann. Nicht so trockenen Mund habe. So, drei. Wow. Oh, recht gutes Schaffleisch. Ist ein bisschen schlecht, dass wir so schlecht nach oben kommen. Aber kann man nichts machen. Naja. So, dann machen wir mal auf die Seite ein paar Birken. Aber wir brauchen sowieso... Das Holz will ich nicht verwenden. Ja, gehen wir noch Ding holen. Ähm. Sag schon Fichtenhölzer. Gehen wir kurz die Fichtenhölzer holen. Du, 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 du. Ja, kommen wir hier nicht hinten. Da kommen wir noch schlecht drüber. Aber wir haben es geschafft. Da vorne sind sie. Dann nehmen wir noch ein bisschen Zuckerrohr mit. Supi. Birken, ähm, Fichtenhölzer. Fichten, die nichten. Ah, da können wir die, die, die Schweine... Nein, wir haben keine Ding. Keine Karotten. Wir müssen irgendwo ein Dorf finden. Oh, leider. Können wir die niedrigen hier mal mitnehmen. So, einmal. So, einmal. Zwei. Drei. Holen wir noch das hier. So, vier. Das haben wir auch erledigt. Noch das. Damit wir danach genug Setzlinge haben. Einen haben wir schon mal. Das noch einen. Und hier irgendwo. Da haben wir Holz. Zwei haben wir. Drei. Ähm, da haben wir noch einen Klotz. Einen Holzklotz. Die Schere haben wir jetzt nicht dabei. Sonst hätten wir die großen Fahnen noch, ähm, ähm, abschneiden können. Ja, ich brauche mehr. Wie langsam geht die kaputt? Blöde Blätter, die nicht abfallen. Hm. Na, na, na. Na, 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 na. Ich brauche mehr Setzlinge. Ich brauche mehr Setzlinge. So. Haben wir noch mal einen Klotz. Gebt ihr keine Setzlinge mehr? Wahnsinn. Das ist eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Ha. Eine große Frechheit. Drago sucht Setzlinge für Fichten. Habt ihr irgendwo Setzlinge gesehen für Fichten? Die kommen nicht. Die wollen einfach nicht mehr droppen. Die fallen einfach nicht drunter. Ah, da ist wieder eine. Ja, 4 reicht. 4 reicht doch. 4. So. Also. Das nächste Mal nehmen wir ein Bett mit. Dann gehen wir hier rüber. Da ist noch ein Erdklotz in der Luft am Schweben. Was ist denn da hinten in diesem Talkessel? Mal kurz schauen. Auch eine Höhle ist hier. Hier haben wir auch Eisen. Nehmen wir ein anderes Mal mit. und gehen hier drüber. So. Das nehmen wir mit. Das auch. Und hier hätten wir eigentlich die naheliegendsten Schweine. Ja, genau. Fällen fallen noch runter. So eine fette Schlucht. Eine fette Höhle ist. Schlucht ist es ja nicht. Also das sind eigentlich die nahesten Schweine. Okay. Da muss ich mir merken, sobald wir Ding haben. Karotten. Und jetzt möchte ich nochmal kurz baden. Hier drin. In den Eiern. Die Eier mitnehmen. Die Eier mitnehmen. So. Also machen wir in der nächsten Folge wieder eine Baufolge. Und zwar möchte ich mit dem die Decke machen. Machen wir jetzt schon. Wir müssen aber noch eins höher mit den Dioriten. In der nächsten Folge machen wir dann den ähm, nein, nicht so. Ich möchte eine Treppe bauen hier mit dem. So. Zusammen würde ich mit, nein, ich möchte hier Müssen wir dann schauen, was es am schönsten aussieht. Vielleicht Half-Steps aus Stein. Stone Half-Steps. Müssen wir dann austauschen. Aber bis jetzt möchte ich gerne ein Ding haben. So, dann haben wir hier oben irgendwie ich weiß nicht was für ein Zimmer. Eine Sauna. Ich habe immer aus diesem Holz eine Sauna gebaut. Jetzt wo ich gerade am Baum bin. Ist mir das gerade eingefallen, wir könnten eine Sauna machen. Wird geil aus, ja. Einfach eine Sauna im ersten Stockwerk. Da fallen wir noch runter. So. Ich habe ein bisschen die Maus zu sensibel eingestellt. Klick manchmal daneben. Weil ich es nicht richtig justieren kann. So. Das haben wir auch geschafft. Und jetzt muss ich kurz hier sortieren. Okay, das werde ich drüben hin tun. Nein, das nicht. Die Eier kann ich hier rein tun. Die hier. So. Hm. Haben wir auch schon fast ein Lager. Ein Lagerhaus. So. Vielleicht hier noch. Hm. Ah, ich freue mich dann als Dorfgebäude bauen zu können. So. Wir brauchen vor allem Level. Wir brauchen Eisnerze. Wir brauchen ein Buch. Wir machen jetzt mal ein Buch. Machen wir mehr Bücher. Obsidian. Diamant. Machen wir einen Zaubertisch. So. Und den Zaubertisch machen wir dann oben. Ha. Machen wir eine Bücherei hier. Dann wäre das hier. Dann haben wir hier Bücherregale. Hier Bücherregale. Hier Bücherregale. Und dann haben wir Level 30 Verzauberungen. So. Toll. In zwei Parts soweit gekommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und die kommen jetzt heute eine Folge und morgen früh eine Folge. Heute ist der 15. Wenn ihr es wissen wollt. Also wahrscheinlich für euch morgen dann. So. Komm schlafen, bitte. Oh, jetzt schaut euch mal die Kleinen. Das Kleine da dann. Süß. Gute Nacht. Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.